Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir wissen nicht, wie weit Sie mit Ihren Experimenten sind, aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, Sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu Ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so, dass niemand Sie gegen uns einsetzen kann. Ich vermute, die Anlage wird streng bewacht? Ja, Sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr Team wird... Team? Hol Sie rein, Mahler. Hey, Baby. Na, kennst du uns noch? Claytons Team geht mit Ihnen, als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in zwei Tagen beginnen. Viel Glück. Pass gut auf, Judy. Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. Ich will dich nicht verlieren. Schön, dich zu sehen. Für das Missionsziel halte ich einen davon ab, dich zu töten. Aber ich kann es nicht versprechen. Tja, das lief ja wirklich großartig.